ARD Text im Auftrag von Funk 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 er kommt ganz oben das trägen ich komme eben mit einem trainieren weil wir ihnen zu sagen wenn du wusstest oder so die anderen beiden golems besatteln und herkommen ist trägen überhaupt im ts gewinnt ihr an wenn du wusstest oder irgendwo hin weit weg läuft dass du es sich noch ein stück aber die beiden knochenwürmern sind von uns ich wusste da vorne steht direkt ein spieler am tor am eingang am eingang da hauen uns turrets weg da können wir nicht hin da können wir treffer da können wir einen tapis hin kreppen versuchen dass ein zweiter denken kann er macht irgendwas feuer ich muss ja ich kann nicht mehr drin laufe schon kommt einer von eichnet weg ja aber dann du kannst jetzt uns schon mit stein sogar denken dann wieder wenn einer über uns fliegt werde nicht beschlossen ihr könnt ihr schlecht rein weil ich habe ich so geil bobby ja komm mal vor meine wüffern hier sind zwei loot bags vor mir an der wand also vor die knochenwürmern über dem eingang links drüber gibt es noch ein stück oder geht es nicht also hier vor mir direkt ich gehe wieder auf der tapper ihr machen das zu zweit ja ich blockiere dich komplett oder ich habe dann aus wenn er nicht mehr kann und überdämmte nächste ja ja aber eben ich stelle mich mal so hin dass wir beide getroffen werden dass wir mehr nicht unbedingt warum ist da unten jetzt nicht hier das ist schon geile aus was wir doch fahren hier ist noch einer bobby guckt siehst du diese halb reingepackten stein direkt im kopf ich habe bisher noch nicht mal 10.000 schaben gekriegt ja es juckt die golems halt nicht da die dinger tanken die scheiße du kannst doch mit einer wüffern durch golem durchspucken oder was schließt du war eine hyäne und ich glaube die nerven ernsthaft die hyänen können nicht nerven hast du ihn ja hab ich ja ist einer von denen über mehr der boost ist gerade weg richtung offene brücke so bleibe nicht alle wir wollen kommt hinterher wer ist da links wer ist links auch von uns deswegen sage ich schon nicht alle der typ ist weg der ist richtung mehr nachtssicht ich bin über mehr gerade wie hinter dir wer ist das das wird jetzt dunkel ich sag ich call es nur das ist ja drücken ich habe schon gamma 3,7 an hallo nachtssicht und radar habe ich jetzt auch an ja ich auch immer mal wieder in der brückeburger fliege genau perfekt ja ich bin gerade ganz draußen am fliegen über am working base ist wieder jemand ja ich dann sagt man vielleicht wenn einer von euch oder zwei von euch sich wirklich zum snipen bereit machen wenn die wir von uns runter zu killen ich hab die ganze zeit einen sniper in der hand Bobby war doch ein sniper oder? ja äh wenn wenn du einen kopfdippli sag bescheid ich geh sofort auf den terapri wenn du ihn zu mir kriegst ist er tot und wenn moritz oder ich zu lange herankommen ist er tot jason gehen wir da auf deine brücke bogen und halt von das gesicht du hast hier einen sniper in der wikings land ja tawaiyara zieh ich dir da auf die mauer hier lehre wo ist da? gut snipers sind verdäht gut ja nur das weil die müssen ja um uns zu treffen müssen ja über uns fliegen das hier das hier ist noch besser zum liege hier Bobby ja ich weiß dass ich halb im Mesh guckst du die normalen guckst du hinten oder soll ich hinten? moritz äh ich hab äh ich gewinnt bergab ein fünftel, ein tiertel leben verloren ähm Impeer das da oben ist nicht so gut zum Dingsen und das ist Mesh hier ja und na und ich seh dich von dort lediglich hin ich seh du bist nicht Mesh ja ja aber da ist der Stein hier der wache einen Schuss und guck ob du rausschießen kannst ich seh dich von hier oder du bist nicht Mesh ja du bist ein scheiße Mesh du stehst doch oben drauf ja aber hier kannst du mich nicht hinlegen hier fällst du durch hier irgendwo wagen hier doch hier schau ja da ist doch kein Loch ja aber da ist ein ja dann merkst du ja doch dann guck doch dann guck doch das ist doch kein Mesh das ist einfach ne Lücke im Stein Drachen von Hina wo? ja direkt äh drei 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 Stück drei Blitzwirrwern Tappi die kotzen aber Achtung Tappi weg Tappi du kriegst hier glaub ich nur ich bin Flugkünstler die haben Wendekreis okay wie du halt echt so genau immer zwischen den Strahlen durchtaust äh ich hab grad Legs ich find's gut dass die nicht raffen dass wir zwei Blitzwirrwern haben Moritz Hina ist abgestieh wo? anstatt hier die Tankenden angreifen Drache in de Luft weg Sniper los die Sniper drauf da am besten haben wir Leggetankt? Trankt Trankt yo äh die normalen Turits schießen noch aber die Tech Turits haben wir Leggetankt nice dann weitermachen einfach steht Drache fliegt hui hui Drache hier bei uns Terzi Hele wo ist der Drache? jo ich komm mit meiner so weit impy def mich spieler drauf wo bist du? na spieler hänger ich hab gemeint Drache fliegt Drache fliegt ja ich verfolgen Raketen fliegen Achtung Raketen von oben irgendwo das ist ein Spieler wir haben rechts über den Spieler über mir ne über mir ist nichts was war ich? ich hab keine Raketen geschaffen ne der rechts war es alles gut alles gut ähm ein Drache fliegt richter unsere Reißbelt fliegt halt um doch der ist vorbrei wir sind eine Ausspiele Ausspiele der Wendekreis wird berechnet der andere kommt zur Hilfe Captain Rex da um flieg doch ein oder bist du das? das bin ich ich bin flieg grad bist du mit Raketen der Wendekreis? versucht ohne nachts anzuarbeiten dann seht ihr ob wir in roten also ob wir rot leuchten oder blau dann habt ihr einen Unterschied zwischen den Spielern äh irgendwie meine Würfel hat logisch kein Stamina mehr der fliegt ja so tief wo? der volle der volle der fliegt zu uns ja beim Papa ist einer ja ich hab einmal den Spieler getroffen Achtung er kommt auf der Burge zu und das ist gar keiner mehr von euch die Läge sind da weggegangen wo werden Raketen? Thierry und Captain Rex fliegen ich äh Impi komm ihr mal entgegen Richtung die Base wo ihr auf den anderen Server gebaut habt oder? folgt ihr mir? ne der verpisst sich Papa ah ja wenn mich einer crabt wäre gut wenn mich einmal einer craben würde auf ein Tier reden ich brauche ich hab ihn zu dienst komm komm hol mich hol mich ja hab ne wo hat sich selbst umgefunden mit seinem Drache dann hat der den aber auch gelootet dann hat der Drache geloot ja der hat ne geloot Drache Kille Achtung Impi warte Achtung der andere kommt oh da hab ich kassiert Ticket kommst du da eigentlich noch weiter rein oder stehst du da fest? ah ich guck ja jetzt stehe ich jetzt du hast das gepfiffen auf den vorderen Moritz ja gerade ja blitzen da weg gebunstert ich würd eigentlich fast sagen Impi hol lieber den Gryphon als den Tappi bei uns das dreht von uns das dreht von uns ich hab nicht geboostert der Kaffee kann aber auch abschließen oh aufpassen wenn der so nur fliegt nicht dass ich dich hol die versuchen zu ihrer anderen auf mich wird geschossen vom Bogen auf mich wird geschossen vom Bogen ich geh zum Bogen zurück ihr sind alle sicher dass er auf dem Bogen liegt? nein auf dem Bogen ist nichts ne er liegt ja auf dem Bogen aber er war über Bogen liegt nicht auf dem Bogen verboostert die machen mir pro Schuss 5 Damage oder so da fliegt noch ein Blitzwimmern rum ja äh wer fliegt da grad ein bisschen Richtung Viking Bay? von denen? von den ey Moritz kotzt drauf kotzt drauf geh auf die Würwern bei mir Stamina tanken fuck ist das einer hoch geboostet? äh ich geh gerade hier oben hier war wahrscheinlich aber hier am Bogen ich mach die Nachtsicht aus das ist verwirrt ja wir pfeifen die Würwern wie geht's mit dem Tank denn? ja ja wir kommen leider gleich nicht mehr weiter rein aber nach Tank wickelt ein bisschen oh ich werd angeschossen da kommt wieder ne Würwern ne da hauen gerade zwei ab aber eine haben wir da hinten noch oder? ne die haut auch noch er fliegt über MP über MP bin ich aber ich auf mich wird auch geschossen von da oben wo ich ihn halt hin guck ey wie viele sind denn da noch? da steht einiges an Turrets wie gesagt ne äh direkt links oder so wie du jetzt guckst halt rechts dürft ihr die Hauptkommission die Würwern zurück in ihre Turrets fahren da stehen auch auf jeden Fall ordentlich ganz recht oben ich seh den Ritz zweifern wieder hab einen Spieler hab Raiden sehr schön äh im Kee was auf mir zweifern kommt äh Moritz kannst du Richtung Top kommen oder ich bin jetzt raid-based und Stamina tanken ähm jetzt kommt die genau auf mich zu oder auf dich eher gesagt ja gut da muss ich jetzt auch und ich hab nur noch 200 Stamina ich weiß nicht mehr als ob ich noch soweit schaff wir zurück zur Viking Bay Brückung äh und zur Top steht bei einer echte Gryphon ist besser ne ich Gryphon du kannst wegdiven damit halt dann kannst du von oben kommen und die grabben weil wenn du grabben Achtung ich spiel Lockvogel hm 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 ach verdammt getroffen ja schnell weiterschießen komm du kannst es guck mal grad was ich vom Admin hab Flammenwerfer Pumpgun Sniper gelb und grün ne ich gucken looten nachher fight jetzt ich muss Stamina laden Bobby na gut dann ist egal bei den Admins ist fast alles grün ja ja wir haben es einmal hochgemacht weil die nicht wissen wie die sonst die Durability hochkriegen ja bitte weiter in Halle mit da kommt ein Wyvern ey ja die zweite Knochen Wyvern ist ja nicht von uns ne ja auch zwei Knochen Wyvern wie tanken wir denn da drin damit wir es erkennen können bin ich auch erst mal reinkommen das siehen wir dann äh ich bin grad hinterlegen kommt wenn ich auch nicht sehr rein mit den Golems aber Impy bleibt hier Moritz und nicht gehen hinterher mit Teleporter da kommt was geboostet auf Deboe wenn wir mit der Peitsche kann man die rein schlagen oder was wo schießt du hin du hast ich steh's noch gar nicht ich dachte dass wir sie immer bei das Reto kommen und dann abschließ' ich das Problem ist halt dann du musst dich den dann selber musst reingehen den wieder enttarnen und dich dann draufsetzen und dann richtig rumstehen ja und das Problem ist wenn die auch Onlyplayer sind äh Rockdrakes haben die Getreide Weibern wieder du kannst die Weiber äh Schild da fliegen zwei Weibern grad sichern ja wenn dann Rockdrake getarnt ist dann wird trotzdem auf ihn draufgeschossen und dann musst halt dann gucken dass der Golem von vornherein richtig rumsteht Dragoon ja wenn nicht dann haben wir ein Problem mein Blickrichtung sicher Richtung Fop fliegt eine Bezweiler was ist da das ist der Gegner siehst ne Leuchte ja Bist du eigentlich beschossen ne ne Jason vor mir ich geh hier nur so ein bisschen um dich vielleicht zu decken oh die du siehst nur Leuchte zwischen den Bäumen ja äh ich hab verboten ja Mensch nur auf dem Botte unter dich zu kommen er geht runter zum Strand ich seh ihn ich seh ihn Wasser da wird er gleich mal Sackgasse haben hab ihn Anokwa hab mich Mori ich bin abgemauzt worden bei Wasser aber ich hab ihn gekillt und mein Wildbahn hat den Loot also alles gut wo ist deine Wildbahn Moritz ich respawn und hol sie mir direkt wie soll ich besatteln oh wow du kannst die am Hut ne ne ich bleib dabei ich pass auf wo ist die Wildbahn denn alles gut bei mir äh impi okay ich geh mit dran zu der Raid Base stemm die Wildbahn zu der Raid Base stemm die Wildbahn zu der Raid Base ja fai früh genug an Follow die fliegt noch ein paar Meter weiter ich wusste also fai die schon weg fai die weg Impi die fliegt nicht weiter huiiii okay wir schießen doch nach Trechter jetzt ähm kann einer mein Moritz kannst kurz noch einen Absträcher machen zur neuen Base und da mein Tier mitbringt der Mikroraptor stunt ich sonst fai die neue Base äh die Wüsten Base das ist gerade schlecht das sind kein Mikroraptor da kommt ein Glitzweifern Irgendwie hier ist gerade ein Mikroraptor der ist hier vor mir überm Wasser Glitzweifern an der Brücke Blitzweifern über Brücke Gift Glitz achso Glitz äh wo da welcher Brücke hinten die oder der Bogen Leiter Brücke ich bin ich hab einen Sofa ähm Jason das unter dir ist nur noch der Bogen ja Brücke ist das hene wo kaputt ist okay für die Kommunikation äh kannst du meine Würfe an landen ich komm nicht zu dir hoch ich hab nichts dabei du kannst an den Schwanz rangehen Grappling Hook ah du bist schon gestorben ja sorry vergess Achtung wir bleiben bei Trakon wir bleiben wo bist du ich komm zu dir ich komm zu dir zum Grappling Achtung bei Wickel Mist bei Wickel Achtung 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 bei Wickel ja dann tankst du die wie auch wo die Player sind komm truff achso ja das kann ich aufschneiden rex ja es lag gerade au 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 siehst du jetzt schießen die Tekturals da hinten rex 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 Und dann drauf, dann drauf, dann drauf. Guck mal, dass ihr dich ein bisschen weiter nach links von dir ausdreht. Ich booste Richtung unsere Rechse. Achtung, auf unsere Rechse fliegt eine Wünffwand runter. Richtung deren Base. Jojo, die wollen uns beim Tanken ärgern. Wir kommen wieder in die Luft. Noch eine zweite ist wieder hinter uns, sondern ich weiß nicht, wer von euch das ist. Ja, ich. Ich hab meinen Spaß mit denen. Die Obra hat keine Stamina mehr. Fliegt weg Richtung Beam-Spot. Jo. Hab ich einen Disconnect? Jo, muss landen. Wo bist du? Blitz über das Sattel drüber. Ich weiß es nicht. Ich hab gerade nur ein Bestandbild. Ich bin über dem Wasser. Wo bist du denn? Ich komm, ich komm. Ungefähr beim Schiff. Ja gut, da liegt es ja safe. Richtung Beam-Spot fliegt gerade hoch. Den Wasserfall da, über den See. Rechts dran vorbei. Hier ist eine Weepfahn gelangen. Die Anna-Weepfahn geht mir nur. Die Anna-Weepfahn ist hinter mir. Jo, sonst kannst du versuchen, dich zu turnen und die dann zu grabben. Das war gut? Wenn du umdrehst und nicht hoch. Guck mal, im Stammlob hab ich noch andere. Äh, wo ist die Anna-Weepfahn? Auch bei mir. Die Anna-Weepfahn ist beim Beam-Spot. Also ganz weit weg. Du hast doch eine Seite bei mir auch denken können. Wir kommen wieder runter. Wir kommen jetzt gerade wieder runter. Die Weepfahn kommt runter zu Viking Bay. Bist du noch bei Deuner? Ja. Die ist jetzt oben über dem Beam-Spot. Fliegt wieder runter. Ich bin unter ihr. Ich bin unter ihr. Ja, ich hab dann ergrät. Bei uns und Rex ist einer. Jo. Äh, die hat Bobby. Okay. Alles gut. War die jetzt schon gelandet? Nee. Okay. Ey, warum hat die nicht den Thierry mitgegrappt? Was ist das? Das ist was? Nein. Was ist da jemand im Wasser? Drausbleiben, nicht neben Flieh. Wo? Da stehen lauter Turrets drin. Oh. Wo denn? Impi, lass zu. Da stehen so viele Turrets drin. Wo seid ihr? Hä? Seit wann kriegt eine Weibwunde nicht mit einem Player mit? Sollte er. Sie hat nur eine kleine Range. Dann sollte sie. Was sagt ihr jetzt gerade? Nee, gar nicht. Impi, das sind lauter Skorpione. Wo seid ihr gerade? Und was macht ihr gerade? Äh, bei 100 Qs. Ah, wir sind bei deren Rex-Kibbelzucht. Oh, wow. Äh, der schießt den Rocket Launcher. Sie ist, man weiß nicht nicht. Äh, ich denke mal, ich werde jetzt gerade beschossen. Ja, du. Aber, äh, Rocket Launcher macht dir keinen Schaden an der Rüstung. Ja, bei mich als Spieler. Er sitzt auf einem Rocket Tour. Ja, hast du mit Bruce? Wenn die hat dringend abgehört. Ja, aber es macht der Rüstung... Komm vorne zum Tor, das geht schneller kaputt. Alter. Wenn das große Walls sind, dauert es zu lang. Alter, die haben halt einfach eine, äh, Rocket Tour Dings da gebaut, glaube ich. Können wir vorne mal selber welche aufstellen? Wer berüstet? Das war ein... Down ist kaputt. Der Typ hat sich weg, tippet, mp. Geh wieder runter, ich kille hier oben alles. Äh, wie von unten aus den Rexen? Geh weg, mp. Die sind alle tot, sobald ich da ein bisschen reinbeiß. Ey, wir sollten jetzt alle rotes, rotes Bild haben. Ja, stopp. Ich find's nix lustig. Weiß ich auch nicht. Wir haben grad was Wichtiges gekillt, würd ich sagen. Was denn? Grab mich, grab mich. Der kommt für den Golems, passt auf. Golems, Achtung. Der ist reingeflogen. Ist reingeflogen, okay. Versuch die mal von außen abzusnipen oder was? Hat einer gerade Zeit. Wofür? Ey, war zu... Okay, kannst du ganz kurz meinen Thierry holen von der Wüstenbase? Achso, ne. Dafür dann doch nicht. Ich mein, Dragon gerade. Das könntest du auch selber machen. Äh, von der Wüstenbase. Was soll ich da holen? Äh, den Thierry. Ich bin wieder ohne, bei Viking Bay. Welchen, wie heißt es, meine Vater? Äh, New Base. Update? Kein Update, okay. Ja, wirklich nur noch. Er ist wieder reingeflogen, hier draußen schon. Ich bin jetzt gerade ein bisschen an. Denken. Also... Äh, denk dran, Steine schmeißen, ne? Bobby, hast du Bärin? Ich denke gerade die Thierrys sind in der Wingszeit gedankt hast. Bobby, wo soll ich dein Thierry hinzifließen? Äh, keine. Äh, einfach zu Fop. Ja, wow. Nee, da sind keine Bärin drin. Ja, muss noch mal da. Kannst du doch quatschenden Beißer? Raid, Baisse oder Sniper, Quot? Äh, ich hab ausgemacht, Harvesting. C. Mit C machst du das, komm her. Ich hab Harvesting aus. Harvesting ausgestell. Bobby, wo willst du dein Thierry hin? Äh, zu Fop. Äh, einfach zu Fop. Du? So, Fop. 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 Achso. Äh... Ich will gerade sagen, man hat das schwer geklärt, aber jetzt nehmt du doch. Bobby, bleib da raus. Was? Hä? Was schießt da raus, Teckel, hast du? Oh, 170, nehmt die Anführungsmaß. Option... Ups. Was hat denn? Hä? Was ist Data for Dino exported? Äh, dann hast du gerade das Falsche gehört. Das wollte ich sicherlich nicht drücken. Deswegen? Irgendwie hier. Was ist das von? Nix. Ich hab rohes Fleisch gefressen. Ach du hatte... Hä? Hattest du als Spieler nix mehr zu essen oder was? Ja, ja. Rohes Fleisch. Ja, dann land, 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 land. Und hier haben wir eine Wiffe. Bobby, wo bist du? Nee, ist schon gut. Äh, ich komm zu Fop. Alles gut. Lass ihn einfach stehen. Die Regeneration ist gut genug. Was? Die Regeneration ist ja hoch genug, um rohes Fleischfutter zu können. Jo, ich hab 4000 Fleisch dabei. Ja. Der Admin hat bisschen was abgedrückt. Der war so freundlich. Wie hieß es mit dem Tank? Wie stuttet er lebt beim Tanken? Nö, du kannst eh nur mit einem tanken. Ähm. Ey, auf was wird geschossen? Nee, ich kann, ich kann umschallen. Das ist gut, dann hab ich die Tools leer. Auf wilde Tiere. Auf wilde Tiere. Glaub ich nicht. Äh, Moritz, kannst du kurz mal holen. Eine Turret is of all. Okay. Schießt noch. Wo ist Wicked mit dem Golem? Ja, der ist vorne, der hat gerade nicht so viel Leben. Wann hast du die Golems getauscht? Ja. Echt? Ja, dann weg und andere hole. Bobby ist ein Stein mitwollen. Was? Nee, ich bin schon da. Alles gut. Ja, dann bringe ich dich direkt rüber. Ja, genug Movement. Der ist schnell genug. Weiter nimm? Ja, du bist sogar schneller als Würmer, Bobby. Spieler, Spieler, Spieler. Wo? Nackt, direkt vor mir. Ah, ich zieh, ne? Warum hab ich ne... Netz töten, Netz töten! Warum nicht? Hatte sowieso nichts, aber... Weil er zu seiner Base wollte, zum Equipe. Hättest du eine betäubt und festgehalten, wär er Spieler aus. Hast du ja verstanden. Ja, er hat zu dir gesagt, töten und du machst das noch. Toll. Wow. Jetzt, bitteschön. Über mir steht ein Spieler mit Tech. Wie über dir? Überm Wasserfall oder dort drinnen? Da drinnen irgendwo. Überm Wasserfall. Dort drinnen knallt's. Warte. Überm Wasserfall? Ich mach mal. Guck, ob du den triffst. Der versucht... Ey, der ist doch... Der ist an mir, der ist an mir, der hängt an mir. Mach den. Oh Gott. Viel zu spät. Oh, oh. Wird man jetzt ein bisschen leiden? Ja, geh da raus. Und zurück. Ich hab keinen einzigen Turm-Tipp bekommen. Ja, ich verstehe auch nicht, wo da grad Toll sind. Ob du die gerade ausgemacht sind. Du siehst mit K auch gar nichts. Er hat gerade versucht, mich mit einer Gretchen zu treffen. Äh, also... Das Ziel ist uns. Wir waren aufpassen. Irgendwer snipet. Nee. Ich werd schon wieder beschossen. Als Spieler. Wir müssen mal ein bisschen mehr gerade aufpassen. Vor allem die Weifern, die direkt über mir steht. Ja. Die müssten eigentlich super brutzeln können. Hast du wenige Tacker da? Ja, aber ich seh hier keinen. Bei mir ist hier keinen Spieler. Ich seh halt auch keinen. Und ich bin auch direkt neben dir. Sicher, dass die nicht drin sind? Die sind drin und befüllen gerade die ganzen Turrets nach. Wow. Die Turrets, die ich jetzt gerade leer tankt, hab ich eben schon mal leer getankt. Hehehe. Hier zusammen haben die keinen Spieler mehr. Soll ich wieder mit dem anderen Rockholem kommen? Das ist drin, ey. Die drei Turrets kriegt das selber. Ich hab nichts zu tun. Ich hab ihn wieder nachbefüllt. Ich glaub, da fliegt gleich jemand aus dem Schwein. Geh insider, ey. Lippo! Lippo! Ne? Eifo! Es ist wirklich gut. Scheiße... Leicht so. Gezil. Geil insid-et. Ach so, geil insid-et. Ge inside-et. 9 Leute sind online 1 Leute sind crazy Der ist jetzt grad? Ja der ist auch bei denen Ach das war die große Serverbesprechung Warum haben die Warum haben die Was ist Dragoon Warum haben die Dodos Wer hat wo Dodos Der ist hier am Strand getötet Nein das waren die Achso wo du in dem Block drin warst Ja da müssten auch noch 100 Stropionen oder so drin Wieso eigentlich so salzig Boah Bist du jetzt so drin? Ich komm hier nicht weiter rein Manche Redewendungen sollte man einfach nicht übersetzen Nackter Spieler an mir Nackter Spieler an mir Ich kann da nicht helfen Kann doch nicht nindfliegen Nein das sollst du auch nicht Komm einen Schritt raus Dreh dich schlag Wenn der an mir ist dann renn raus Naja der ist an mir in der Form Dass er direkt vorne ist Oh Drache Lass mich machen Warum ist der Drache überhaupt da vorne? Es hilft nichts Äh sag Rudi Wenn nächstes Mal der Spieler da ist und sag nochmal bescheiden dann komme ich vor und schlag mal mit dem Theri zu Ja das ist eigentlich für eine Farbe Ja das ist eigentlich für eine Farbe Ja irgendwie du schießt die zu tief Ich wollte eine andere Spieler treffen Das ist die Ersatzrüstung Achso Ja meine Rüstung ist auch andere Farbe Ersatzrüstung ja Ersatzrüstung dann will irgendwer welche haben Luca in mir Irgendwann Wenn ihr in die Flas zurückkommt 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 Also wenn wer kommt Ich nicht Ich hab ganz viel Ersatzrüstung fertig repariert und gefärbt richtig Ich hab Ersatzrüstung Habe ich noch neun Stück dabei Oh 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 Okay Ja Wie wollen wir weitermachen